Krieg ich noch eins unter? Herr Doktor! Herr Doktor, darf ich noch ein Level spielen? Ganz klassisch, Leute. Ich hab eine gute und ich hab eine schlechte Nachricht für euch. Fangen wir mit der schlechten Nachricht an. Ich hab Halsweh, seinen Urgroßvater, seinen Urgroßmutter, seinen Stammbaum. Weiß gar nicht, wie ich das umschreiben soll, außer dass ich heute Nacht das Gefühl hatte, 20 Mal zu ersticken und jedes Schlucken sich so anfühlt, als würde man glühend heiße Kohlen sich den Rachen hinunterschrauben. Dementsprechend wird das hier auch nur so eine kleine Episode. Also ich werde es je nach Schwierigkeit bei einem oder zwei Level belassen und das wird heute so ein bisschen kürzer. Und da werde ich gucken, dass ich mich die nächsten 24 Stunden möglichst gut noch weiter auskuriere und dann hoffentlich wieder regulär längere Folgen aufnehmen kann. Denn, und das kann ich zumindest schon mal für nächste Woche so ein bisschen grob ankündigen und das habe ich ja auch schon in der letzten Zuschauerfolge angekündigt, ich muss ganz schön aufholen. Also ich bin levelmäßig immer noch bei dem 30.06.2019 und jeden Tag kommen neue Level hinzu. Also wäre es vielleicht mal so an der Zeit zu gucken, hier und da vielleicht mal noch mehr Episoden rauszuknüppeln. Kommen wir aber zu der eigentlichen guten Nachricht und auch dem Grund, warum ich jetzt nicht länger warten kann, hier weiter aufzunehmen, abseits davon, dass ich natürlich eine Folge bringen möchte und euch nicht zu lange warten lassen will. Das Paket ging von Norden nach Süden, von Osten nach Westen. Er ist da. Der Pro Controller ist endlich da. Ich bin diesem Paket hinterhergerannt wie ein, ja, notgeiles Kanickel, möchte ich mal so umschreiben. Und jetzt ist er endlich am Start. Ich habe bisher, falls ihr das noch nicht wusstet, jede Episode und jedes Level in Super Mario Maker 2 mit den Joy-Cons in der Joy-Coin-Halterung gespielt. Und ich habe den hier schon mal bei einem Kollegen beim Izzy betatschen dürfen und bin gespannt, wie sehr das meinen Skill noch weiter zum Florieren bringen wird. Und packe den jetzt ja auch das erste Mal, packe ich den jetzt hier aus. Aber zärtlich bitte. Ich wollte hier gerade schon so fest reingreifen. Das macht die Krankheit mit mir. Sie macht mich zu einem unzärtlichen Menschen. Ich hoffe, der ist jetzt auch direkt so halbwegs geladen out of the box. Übrigens hat Nintendo den mir tatsächlich selbst vorbeigesendet. Das ist sehr, sehr lieb von denen, weil die natürlich ihren Weltmeister, ihren Goldjungen fördern möchten. Also vielen Dank dafür. Das ist erstmal so ein Kabel. Ich denke mal, damit lädt man die ganze Geschichte. Und hier ist der eigentliche Controller. Oh, guck mal hier. Ich werde direkt wieder gesund. Nur dadurch. Hier. Da ist er. Damit werde ich jetzt ab sofort meine Level regeln. Ich wollte hier noch ein bisschen näher ran, weil das so ein schönes ASMR-Geräusch ist eigentlich. Viel mehr ist da eigentlich auch nicht drin. Ich glaube, noch nie hat jemand so cool eine Verpackung weggeworfen. Ich bin auch verschnupft tatsächlich gleichzeitig. Jetzt ist wirklich... Also ich hoffe, es passt für euch halbwegs trotzdem von meiner Stimme. Sie ist dafür vielleicht noch etwas tiefer, als das sonst der Fall ist. So, dann kann ich hier mal reingesteckt hier mit dem Orschi. Und dann gehe ich mal rüber zur Switch. Ah ja, es läuft jetzt. Und jetzt kann es eigentlich losgehen. Hier, das... Wenn ich jetzt eher ein Joystick-User werde oder eher halt klassisch hier mit dem Steuerkreuz an Mario rangehe. Das würde nämlich eigentlich, finde ich, fast mehr Sinn machen. Ich probiere gleich einfach mal rum. Also wie ich betont habe am Anfang, wir haben jetzt hier auch eine lange, kleine, feine Anmoderation gehabt und feiern heute auch so ein bisschen, dass dieses Paket hier endlich angekommen ist. Ich habe ja nur irgendwie Woche für Woche mich gefragt, wo das ist. Das war bestimmt auch zwischendurch, das hat eine ganze Weltreise gemacht. Mein Pro-Controller, der ist schon mehr Kilometer im Leben hin und her geflogen, als ich das wahrscheinlich bin. Das heißt, geflogen ist er jetzt nicht zwingend, eher gefahren, aber ihr wisst, wie ich das meine. Ja, ich merke, ich bin hier schon jetzt gerade intuitiv eher auf dem Steuerkreuz, auf dem D-Pad. Ich werde auch, um eine möglichst gute Verbindung zu dem Pro-Controller aufzubauen, werde ich mir den unters Kopfkissen legen, um jede Nacht mit dem gemeinsam zu träumen von einer Welt, in der ich wieder die Weltmeisterschaft erlangen werde. Vor der Weltmeisterschaft kommt aber die Weltraumschlacht, ein Level von Loopy. Halte Y gedrückt, um einen stärkeren Schuss abzufeuern. Da wird mir sogar noch was erklärt, was ich natürlich inzwischen weiß. Schöne Abschlussrate, auch das ist gut, das ist gut. Ich kann jetzt, jetzt gerade hier, kann ich wirklich nichts besonders heftiges gebrauchen. Weil, ich fühle mich, ich fühle mich nicht an, wie ich mich sonst anfühle. Okay, ey, ich bin gespannt. Oh, ist das Auto-Scrolling auch noch? Ich bin jetzt erstmal auf dem, auf dem Steuerkreuz. Ihr könnt mir ja mal gerne in die Kommentare texten, wie ihr denn spielt. Falls ihr Super Mario Maker 2 spielt. Das ist hier schon mal alles echt eher, äh, räudig. Habe ich mir auch schon mal Damage geholt, das war nicht so schlau. Aber es ist ja kurze Gewöhnungsphase. Ich bin eigentlich echt an den... An den Joystick gewohnt, aber ich glaube, ich sollte mich hier eher auf das Steuerkreuz konzentraten. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Oh, 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 Gott, war das knapp. Da wäre ich wirklich fast, äh, hammerhart erwischt worden. Diese rumfliegenden Bob-Oms, die braucht es nun nicht wirklich. Was ist denn hier der Plan, Leute? Soll ich hier eigentlich wieder... Ich schnapp mir erstmal den Pilz und ich bleibe einfach mal fliegend. Hammer, Brüder, sind auch mit bei. Erinnert jetzt wirklich an so ein klassisches Shoot-em-Ublevel, ne? Indem man halt so ein bisschen rumfliegt. Die hier kann ich irgendwie gar nicht platt machen. Die Schlingel hier verfolgt mich jetzt auch direkt was. Kann man natürlich trotzdem easy plätten, solange man... Da hab ich mir Schaden geholt. Da hab ich mir einfach Schaden geholt, weil ich ein ganz schöner Schlingel bin. Hab ich einfach gemacht. Man muss aufpassen, ich hasse ja eigentlich diese Fluggeräte hier. Also ich hasse sie wirklich, ich find die sehr anstrengend. Muss nicht sein. Es sind zumindest Pilze sehr verplatziert. Wenn man aber hier halt zu lang rangeht, dann bringt einem das so absolut gar nichts. Und jetzt aber mal ganz zügig hier. Ja, genau so. Einfach mal ganz zügig. Und jetzt hier bitte auch gleich ganz zügig. Pass auf diesen Fisch auf, der da irgendwie sonst was ausleben muss. Und da wär auch schon das Ende vom Level gewesen. Also wir waren hier eigentlich, würde ich mal behaupten, sehr, sehr knapp vor einem First Try. Ja gut, Checkpoint. Okay. Ihr habt nix gesagt. Ihr habt nix gesagt. Das ist ein Checkpoint. Ach ja, diese Kloschüsseln. Also es ist für ein Kloschüssellevel noch sehr ertragbar. Aber man kann mit diesen Kloschüsseln. Ich hab im Livestream. Leute, die den Livestream gesehen haben, holla die Waldfee, werdet ihr wissen, wie sehr ich diese Kloschüsseln hasse. Weil man kann hier wirklich ganz, ganz schlimme Dinge mit tun. Also wirklich unendlich schlimme Dinge. Und ich benutze die einfach nicht so gerne. Vom Handling und allem weiteren. Ich finde, die sehen auch nicht hübsch aus, wie die da immer gucken, als hättest du gerade irgendwas... Was hast du gesehen? Wieso ist dein Mund so rund und ange... Flötet. Och nee, jetzt gibt es ja auch noch einen Boss. Da muss ich wahrscheinlich auch platt machen. Ja, ist ja klar. Was geht denn hier auch ab? Okay, ne Moment. Da muss ich anders rangehen. Ich merke, wie meine Kräfte schon wieder schwinden, Leute. Ich bemerke es doch. Ich weiß nicht, wie lange ich hier noch durchhalten kann. Ich freue mich wirklich über den Pro Controller, aber... Aber ich muss ins Bett. Oh Gott, guck, wie die Konzentration nachlässt. Diese Bob-Ombs hier. Och komm, und dann von links und rechts. Ganz ruhig. Ja. Mal gucken, ob das weiterhin was wird. Oh, hier ist so wenig Platz auch schon wieder. Oh, das ist so langsam, dieses Teil. Ich hasse es. Nix ist schlimmer. Als das hier. Okay, das war's zumindest. Schlüssel ist da. Rein in die Geschichte. Und damit sind wir dann, glaube ich, auch gleich durch. Es gibt nochmal einen Pilz. Vielleicht sind wir doch noch nicht durch. Das hat eine überraschend hohe Abschlussrate. Finde ich dafür, dass doch ein bisschen Schwierigkeit natürlich hier und da mal da ist. Hier gibt es noch ein schönes Bonner. Das nehme ich mit. Das habe ich mir verdient. Wo bin ich? Habe ich es geschafft, nochmal außerhalb vom Bildschirm schön ein bisschen Schaden zu kassieren. Holprig. Holprig. Kriege ich noch eins unter? Herr Doktor. Herr Doktor, darf ich noch ein Level spielen? Darf ich noch? Wie viele Minuten haben wir noch? Ach, nicht für die Aufnahme, sondern um zu leben. Ja, da kann ich mir nichts Besseres vorstellen, als meine Zeit mit Super Mario Maker zu verbringen. Super Mario Maker 2! So, ja, guck, die Stimme geht auch noch. Mario steckt immer noch in mir drin, der kleine Ragger. Dann nehme ich noch eins mit. Allerdings werde ich das eigentliche nächste Level, den Umständen gegeben, überspringen und in die nächste Episode verschieben. Das kommt nämlich von Borax und da steht dabei, Map hat insgesamt 10 Stunden gebraucht. Zwei Stunden habe ich gebraucht, um das Level online zu stellen. Rekord liegt bei über 5 Minuten. Die Durchschnittsrate ist bei 1,21%. Kann an der Zeit nervig werden. Das klingt eher nach was, wo ich im Vollbesitz meiner geistigen und körperlichen Kräfte sein müsste und auch dann die Zeit habe, um mich hier voll reinzuwerfen. Deswegen werden wir heute das zweite Level, das von Dome HD, sein lassen. Das ist nämlich mein erstes Level für Kedos und bei ersten Leveln, da habe ich immer die Hoffnung, dass da noch so ein bisschen die Menschlichkeit noch da ist. Wenn du Geld in der Tasche hast, vergiss nicht deine Freundschaft. Mein erstes Level für Kedos. Es ist kurz, aber lustig. So, wurde auch schon häufiger gewisse Körperteile von mir umschrieben. Selbst der Abschlussrate 11% klingt so, wie ich es brauche. Klingt so, dass ich dann hier trotzdem schön zwei Level unterbringen konnte. Und dann schneide ich das schnell runter und breche dann zusammen. Wow! Hier kann ich hochklettern. Guck mal, das habe ich gelernt. Hier ist auch direkt irgendein geiles Secret. Da werde ich hingehen. Da werde ich sowas von hingehen. Oder aber mal hier oben entlang. Ich finde ja immer wirklich von Anfang an die geheimen Wege, dafür bin ich bekannt. Und hier ist auch schon mal ein Schlüssel. Und das Katzenpower-Up. Wir hätten da oben auch insgesamt sieben Schlüssel zu sammeln. Ich denke mal, die werden schon auch ein Stück weit verpflichtend sein. Mir gefällt aber irgendwie schon mal der gesamte Aufbau, muss ich sagen. Auch die Musik. Das hat irgendwie was. Also es ist simpel, aber ich werde ja nicht müde, immer wieder auch zu betonen, dass ich auch mal Level mag, die irgendwie so ein bisschen an so ein... Ja, an so ein klassisches Mario-Level einfach erinnern. Und hier ist auch schon mal eine Röhre, wo wir rein können. Die dann in weitere Röhren hineinführt. Ist hier irgendwo ein Schlüssel versteckt oder... Sind das nur Münzen? Sieht nur nach Münzen aus, ne? Ja. Dann gehe ich mal weiter durch. Es ist Mario im Reagenzglas. Oh, da unten ist ein Gegner, den ich noch gar nicht kenne. Das hindert mich nicht daran, hier einfach Platz zu machen. Schau mal ganz gut. Kommst du runter? Danke, danke schön. Und damit war es das auch schon mit dieser Kellerebene. Hier ist direkt auch nochmal ein weiterer Schlüssel. Zwei Stück sind noch übrig. Gibt es hier nochmal irgendeine Röhre, die gehen würde? Nee. Ich weiß nicht, ob wir die Karre brauchen. Ich nehme sie mal mit. Autofahren kann ich ja. Offensichtlich, nicht? Gib Gas, Mario, gib Gas. Ja, das war jetzt auch nicht so meine Glanzstunde, aber man braucht den Wagen gar nicht. Ist nicht wirklich notwendig. Inzwischen mag ich auch so ein bisschen... Ich gewöhne mich langsam ans Katzenpop. Da ist ja irgend so ein super weirden Trailer, habe ich heute gesehen. Über so eine Musical-Verfilmung. Ist da irgendwie rausgekommen. So halb animiert, aber eigentlich sind es auch echte Schauspieler. Sah ganz toll aus. Muss ich mir nochmal genauestens anschauen. Muss ich irgendwie nochmal genau eine kleine Runde mit verbringen. Einen Schlüssel fehlt mir noch. Ich fände das ganz gut, wenn der jetzt so langsam mal, ja, seinen Auftritt wagen würde. Einfach damit ich weiß, wo der sich befindet. Da ist er. Ach komm. Das war doch jetzt nicht notwendig. So hier rumzuspringen war doch nicht notwendig. Das ist auch mal echt wieder besonders schnell unterwegs. Dieses grüne Schlänglein heute. Aber wir haben alles. Wir haben den kompletten Schlüssel. Wird das etwa ein First Try? Ich glaube, es wird ein First Try. Hallo. Hallo. Ja. So. Und auch noch ganz oben gelandet. Hier hätte man sogar noch sterben können. Ja. Leider kein Mario-Time. Ich hatte mich schon darauf eingestellt, es voller Inbrunst mit hinaus zu brüllen. Das war doch einfach mal genau das, was ich hier gebraucht habe als Abschluss für diese etwas schnellere, kürzere, etwas kränklichere Episode. Aber wir können uns alle sehr gemeinsam über dieses Baby hier freuen. Denn das wird hoffentlich nochmal dafür sorgen, dass ich nochmal 5% besser spielen kann. Und wenn wir das jetzt allgemein vergleichen. Ich spiele schon so bei etwa 100%, wenn der ganze Rest irgendwie bei so 50% ist. Das ist jetzt eine Rechnung, die müsst ihr nicht konkret verstehen. Dann bin ich also bei 105%. Das heißt, noch 5% besser als der beste Spieler bei 100%. Und da ich ja damals auch schon der beste Spieler war, bin ich dann nochmal 5% besser als mein vorheriges Ich. Also der beste Spieler.